Ich bin von Singapur nach London geflogen. Ich habe nur 4 Stunden, bin unheimlich müde. Ich sitze jetzt hier in Starbucks. Hier ist gar keiner drin. Jetzt die Problematik ist, es ist unheimlich kalt. Und weil ich jetzt ein halbes Jahr weg gewesen war es immer sehr warm. Jetzt habe ich gar keine Klamotagen mehr. Jetzt ist schon gefühlt minus. Da gehe ich mal ein bisschen eher zum Stadion, ein bisschen rumlaufen. Mit einem Wärmer vielleicht. Leutnant, ist das kalt. Ich bin jetzt hier bei den Volvohemden. Sein Wanderers. Da ist es so kalt. Ich habe zwei Hosen an, zwei Socken pro Fuß. Da habe ich schon noch ein paar Bierchen reingeschraubt. Ich bin müde. Da glaubst du gar nicht. Jetzt muss ich mir noch das scheiß Spiel angucken. Da ist das Stadion. Ich sitze da jetzt schon drin. Gleich geht das los. Viertelstunde noch bis zum Anpfiff. Ich kann das schon nicht mehr abwarten. So gespannt bin ich, wie jetzt der Volvohemden gegen den Fullhemd spielt. Bald ist es auch dann vorbei wieder. Dann ist auch gut. Ich wollte mal wieder ein paar Euro sparen. Und da dachte ich mir, komm, dann nimmst du doch locker den Bus rum ein. Und ja, dann ist das total scheiße, wenn es kalt ist. Und auch wenn man müde ist.